Hallo Leute, hier ist wieder der Gartholk. Willkommen zurück zu Let's Play, es ist Stanley Parable. Kurze Erklärung, ich habe auf Restart gedrückt, also das hier ist immer noch dieselbe Aufnahmen-Session wie vorher. Ich habe auf Restart gedrückt, bin in meinem Büro gespawnt und man sieht hier. Und ich war doch zu neugierig, als dass ich es jetzt nicht ausprobieren möchte. Time to press E. Irgendwas habe ich gemacht und ich will wissen was. Willkommen zu Stanley. Ich kann Stanley too. Ich habe wenigstens Soundboard leise gedreht, bei mir. Ich kann hier Puttons drücken. Ich kann hier Puttons drücken. Ich kann hier auf jeden Fall wieder raus. Ich kann hier auf jeden Fall wieder raus. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was das soll. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, was das soll. Dann hacer ich attachments. Euer Kind sagt, ich weiß nicht, was das soll. Ich bin sehr, это so. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was die Aufnahme Конdestrofeine 충분 cliches customs machen. Wir müssen nicht tails achten einfach mehr Puttons dazu aus. Ich weiß nicht, was die Кi-L Ю안� meets Mädels feathers zu schießen? Das ist ein gut. Damit will ich sagen, das war Stanley Parade für heute. Mein Name ist Scott Talk. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin und jetzt endgültig. Ciao, ciao. Gott, gebt mir die Musik auf den Keks.